Was geht ab, meine Sea Fighter, Osiria! Und heute mit den aktuellsten Informationen und Details zur neuesten Celebration auf der japanischen Version von Dokkan Battle. Wir haben unter anderem das Release-Datum vom Metal Cooler, sein Banner, sein Event, vom Free2Play LR Vegeta. Aber auch wissen wir, welcher Charakter der nächste sein wird, der ein Extreme Sea Awakened bekommen wird, nämlich das wird der Tech-Virus sein. Also schauen wir uns am besten mal alle Informationen und Details zur neuesten Celebration an, damit ihr auch darauf an der Stelle wisst, was ihr bei den Missionen hier zu tun habt. Also gut, gucken wir uns mal die ganzen Informationen hier an der Stelle an. Wir haben einen Login-Buni, das geht heute um 20 Uhr online, gucken wir uns gleich an. Beziehungsweise wissen wir noch nicht, was wir da bekommen, weil das geht erst um 20 Uhr online, das Ganze drehe ich ja davor. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall so standardgemäß sein, ein Stone pro Tag und so und so fort. Wir sehen hier Eldercai etc. Wir haben Missionen, die gucken wir uns gleich genauer an, die sind nämlich schon online, da haben wir die Informationen dazu. Und wir haben hier das Release-Datum zum Banner von Metal Cooler. Er kommt nämlich am 31. Oktober an Halloween um 9 Uhr morgens unserer Zeit, kommt der Boy online. Und apropos Halloween-Freunde, morgen schaut in den Streamplan am besten, schaut immer in die Streambeschreibung. Der Plan ist in der Videobeschreibung, unter jedem Video wird jede Woche aktualisiert auf YouTube oder bei mir auf dem Discord-Server oder auf dem Twitch-Channel. Alle Links und alle Informationen, wie gesagt, sind in der Beschreibung. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir werden morgen einen Halloween-Stream starten. Ab 18 Uhr gehen wir da live. Wenn alles gut läuft, werden wir bei Cooler Summon können in Cooler Spanner. Aber auch, ich habe die Jungs zu mir gerufen, da macht man einen kleinen Halloween-Stream, so zwei bis drei Stunden. Da zockt man dann gemeinsam alle Smash. Wenn ihr Bock und Zeit habt, dann guckt auf jeden Fall vorbei. Alle Infos, wie gesagt, in der Beschreibung. Okay, in Coolers-Banner sehen wir hier auch an der Stelle, Future Gohan ist Featured. Vielleicht mag ein oder andere sich fragen, warum ist Future Gohan da? Er war lange Zeit nicht mehr online, sage ich mal, aber es hat noch einen anderen Grund. Nämlich, das werden wir gleich später sehen, das Extreme-Z-Battle von Cell wird noch online kommen wieder. Und er ist ja quasi derjenige, der Vermätschan gegen Cell macht. Aber das gucken wir uns gleich an, wie gesagt. 9 Uhr morgensmorgen an Halloween ist Cooler Online. Ich wünsche auf jeden Fall jedem sehr viel Glück, gerade wo ich sage, die Summen werden. Apropos Glück. In JP. Ich sage mal so, Cooler ist eine geile Unit, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, ein Must-Have. Ich sage folgendes, worauf will ich hinaus? Denn in der nächsten Zeit, wir bewegen uns langsam auf die japanischen Version, auf den Dragon Ball Super Broly Film zu. Heißt, in der nächsten Zeit könnt ihr wirklich was Großes droppen in JP. Wegen dem Broly Film, aber auch wegen dem vierjährigen Jubiläum, das nächsten Jahres Februar online geht auf JP. Heißt, wie gesagt, man muss sie nicht unbedingt haben, wenn ihr eure Stones sparen wollt. Eben für mehr Hype, beziehungsweise was heißt mehr Hype, aber das wird sicherlich übertrieben viel Hype sein, wenn Broly da online kommt. Im Film selbst oder auch irgendein Special Event im Dokument, damit ihr auf jeden Fall schon mal informiert seid und eure Stones sparen könnt und wollt. Also wie gesagt, er ist eigentlich kein Must-Have und ich würde euch eigentlich wegen dem, wegen dem Film und wegen dem Jubiläum eigentlich eher raten, in JP zu sparen. Jeden Stone an der Stelle. Alright. Und ein Caterie-Banner von ihm kommt online zum Freezer-Clan an der Stelle, weil Logo und sein Banner ja auch online ist. Kommt zur selben Zeit morgen online. Ein Drankstone-Stay kommt ebenso morgen online, 9 Uhr morgens. Sein Dokument ebenso um 9 Uhr morgens. Das Story-Event kommt zurück von Cooler. In diesem Story-Event konnte man damals ein Cooler farmen, Free-to-Play-Cooler, die waren aber nur vom SR-Status. Heißt, man könnte sie zum SSR machen und das war's auch schon. Jedoch werden diese ein Awakening bekommen, weil die ganze Map wird erneuert und diese Cooler haben immer einen anderen Namen. Sie sind von einem anderen Typus, Agile-Cooler, Int-Cooler, Physisch-Cooler und so und so fort. Und die haben alle einen anderen Namen. Die heißt dann Metal-Cooler in Klammern, je nachdem, wenn der vom Strength-Flight besteht, dann rot oder irgendwie sowas in der Art dran. Die ist so drum heißt, die Jungs werden ein Awakening bekommen. Heute kamen die Daten dazu rein. Die sind gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Man könnte dann eventuell ein volles Full-Cooler-Team bauen. Also Metal-Cooler-Team. Ein ganzes Metal-Cooler-Team mit dem Leader. Nur so mal nebenbei bemerkt heißt, das Ganze bekommt eine Erneuerung und geht morgen online um 9 Uhr morgens. Morgen 9 Uhr morgens startet auch das Prime-Battle von unserem Boy, Free-to-Play-LLV. Geht hier an der Stelle eine kleine Sache, die ich hier anmerken muss und will, ist auf jeden Fall, er ist nicht schlecht, er ist solide. Wir haben uns angesehen, was er drauf hat. Auf Twitter habe ich auch die Übersetzung reingeklatscht. Könnt ihr euch gerne abchecken. Sehr schade finde ich, dass er in der Super-Sane-Form, also in seiner LR-Form, Prepared-For-Battle, verliert. Und ich sage bewusst verliert, weil seine anderen Form, Base-Form, also die SR-Form und TO-F-Form haben Prepared-For-Battle. Er nimmt es leider nicht mit und Prepared-For-Battle verstehe ich nicht. Das haben sehr viele Saiyajins in den Pew-Sane-Kartorie und er verliert das. Ich meine, der Dude hat sich legit für den Kampf vorbereitet und verliert an diesem Link-Skill, wenn er in den Status kommt. Da kamen auch, da wurden auch viele Witze rausgehauen, wie zum Beispiel, er war dann wohl quasi nicht so vorbereitet gegen C-18, weil sie ja seinen Arm gebrochen hat und dann quasi den Link-Skill verleunert und so. So, Dokkan-Witze, Freunde. Auf den Reddit findet ihr sehr viele davon. Apropos Reddit, ich werde auch den Link in die Beschreibung setzen, wegen der Mission, die wir uns gleich ansehen werden. Aber so viel dazu. Wenn er morgen online kommt, wisst du auf jeden Fall Bescheid, was wir alles machen müssen. Wird er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ähnlich laufen wie die anderen Prime-Battle. Drei Stages auf der ersten Stage. Dropped ihr ähnlich wie Free-to-Play-Trunks, wahrscheinlich mit der 50% Droprate auf Stage 1. Stage 2, die Terra-Medaillin und Stage 3, die LR-Medaillin. 770 Medaillin braucht ihr an der Stelle. Okay. Das hier, da kommt ein neues Story-Vent online mit dem Gradieren aus der Dragon Ball Saga, sage ich mal. Und dieser Goku, hier haben wir besprochen, ihn wird man zum LR erwecken können. Die Sache ist jedoch, diese Story-Chapter kommen partweise. Heißt, wenn das Ganze morgen online kommt um 9 Uhr, kann man ihn noch nicht zum LR-Schattel erwecken. Erst wenn das quasi dann Part 2 kommt, Part 3 und so und so fort von diesem Story-Event. Also in der Zukunft wird man ihn erwecken können zum LR, aber bis jetzt noch nicht. Und die Sache ist auch mit dem, er hat eine neue Kategorie. Und zwar wird diese Kategorie folgendermaßen sein, da werden alle Charaktere in der Kategorie sein, die mal die Dragon Balls gefarmt haben, beziehungsweise gesammelt haben und einen Wunsch geäußert haben. Und ja, soviel zu dem Boyer an der Stelle. Morgens ein Story-Event kommt online. Das ist, by the way, glaube ich, von dem Film der Story-Events. Lasst mich wissen, von welchem Film. Ich glaube, das ist ein Old-School-Dragon Ball-Film, schätze ich mal. Battlefield kommt wieder, neue Season, ab dem 5.11. 9 Uhr morgens unserer Zeit. Und Tech-Birus bekommt ein Extreme The Awakened. Er ist der Nächste. Das Ganze kommt am 6. November um 9 Uhr morgens unserer Zeit online. Ich bin echt gespannt, was der Dude draufhaben wird. Das ist quasi ein Extreme The Fast-Banner. Alright, da kommen viele Banner zu unserem Boyer Beerus. Das, warte, Moment. Das ist ein Dream of Gods. Dream of Gods sollte effektiv sein gegen Beerus. Dream of Gods, wisst ihr warum? Weil zu den Extreme The Bills kommt immer ein Kategorie-Banner. Und dieser Kategorie-Banner ist dann effektiv gegen den Charakter, der den Extreme The Battle erfahren hat. Und das sollte Dream of Gods sein. Das sind Dream of Gods Charaktere auf den ersten Blick. Also Dream of Gods Charaktere sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr effektiv sein gegen das Event von Beerus. Würde auch Sinn machen hier an der Stelle. Und genau, das Extreme The Battle hier an der Stelle. 6.11.09 Uhr morgens kommt das Ganze online zu unserer Zeit. Aber auch das Extreme The Battle von Cell kommt wieder online. Ich hoffe, dass dazu dann auch ein Extreme The Awakening zu dem In-Cell kommt. Weil beispielsweise auf JP kam neulich das Extreme The Battle von dem Super Saiyan 3 Goku wieder. Und dann hat der Strength Goku ein Easy A bekommen. Ich hoffe, das machen sie auch mit dem In-Perfect Cell. Wäre auf jeden Fall nice. Die Stages, Doktor-Events von Cell und Beerus sind dann in dem Zeitraum online. Die ganze Celebration, by the way, habe ich gar nicht gesagt, geht bis zum 22. November. An der Stelle kommt noch ein Story Event online wieder zurück von Rachel Leggeta. Vom Beerus Story Event. Die Sache hier ist, hier steht irgendwas mit Dokern dran. Aus Twitter konnte ich entnehmen. Schaut an Gaming with Helen. Der hat das grob übersetzt. Und eventuell wird dieser Goku hier, der in Free-to-Play Goku, einen Dokern erwecken bekommen zum God-Crew. Eventuell, wie gesagt, da müssen wir noch gucken, wie das Ganze hier von Handen geht. Aber wann kommt das Ganze online? Habe ich euch gar nicht gesagt, oder? Gucken wir nochmal ganz kurz drüber. Und zwar, auch am 6., 6.11., 9 Uhr morgens unserer Zeit. Alles klar, dann kommen wir zu den letzten Sachen für heute. Die Special Missions nämlich, Freunde. Und zwar werde ich den Link in die Beschreibung setzen. Ihr werdet das Ganze auch immer in meinem Discord-Server finden, auf dem JP-Channel dort. Sorry. Aber, wie gesagt, die Special Missions für JP, damit ihr da gewappnet seid. Was müsst ihr hier machen an der Stelle? Täglich müsst ihr in dem Zeitraum machen. Und zwar, wenn ihr 20 Stamina verbraucht am Tag, bekommt ihr Friend-Points. Wenn ihr an der Stelle einmal Turtle-School-Training macht, das Event, bekommt ihr Seasot-Medaillen. Wenn ihr Hercules World-Tournament-Stage macht, bekommt ihr eine Hercules-Statue. Wenn ihr hier an der Stelle drei Stages cleart jeden Tag, egal welche Stages, bekommt ihr einen Sleeping-Elder-Kai. Wenn ihr dann an der Stelle hier ein Dokkan-Event cleart, das ist dann nur am Wochenende, also quasi hier am Freitag, Samstag, dann bekommt ihr Shin-Medalle. Samstag, Sonntag, je nachdem, bekommt ihr dann die Elder-Kai-Medalle. Und wenn ihr dann alle Daily-Events macht, alle Daily-Missions, dann bekommt ihr hier einen Stone pro Tag. Dann kommen wir zu den permanenten Missionen. Und zwar, wenn ihr hier einen Charakter aus dem Story-Event bekommt, also einen Drop-Free-To-Bel-Charakter, euch holt von dem Story-Event, 1, 2, bekommt ihr folgende Hercules-Statuen. Wenn ihr einen Charakter trainiert, einmal, dreimal, fünfmal, bekommt ihr diese Training-Items zurück, die hier gelistet sind. Wenn ihr einen Charakter, einmal, zweimal, dreimal, irgendein Charakter, das muss nicht immer der gleiche Charakter sein, irgendwelche Charaktere einfach bis zu dreimal Sea-Awake, bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind, an der Stelle zurück. Wenn ihr dann zusätzlich dazu einen Charakter Dokkan-Awake, einmal, dreimal, fünfmal, also an sich Charaktiere Dokkan-Awake bis zu fünfmal, bekommt eine Reverse-Medaille, die Shin-Medaille, die Elder-Kai-Medaille und Sleeping-Kite-Zeitstück. Wenn ihr eine Stage schafft mit einem ganzen Team, also ein Team bestehend aus der neuen Kategorie von Metal-Cooler, ich nenne es einfach mal Freezer-Klein-Kategorie, bekommt ihr einen Stone hier an der Stelle. Wenn ihr bis zu 1000 Seminar verbraucht, bekommt ihr die Sachen, die gelistet sind, darunter einen Dragon-Stone. Und wenn ihr alle diese Missionen schafft hier, von dem, was wir uns angesehen haben, ich sage mal Part 1, dann bekommt ihr vier Dragon-Stones an der Stelle. Kommen wir zu den Part 2-Missionen, Volume 2-Missionen, ich nenne es mal so. Wenn ihr ein Extreme-Sie-Battle einmal, dreimal, fünfmal schafft, bekommt ihr folgende Sachen, die gelistet sind, unter anderem die drei Turtle-Items von jedem Typus an der Stelle und dann noch zwei Steak-Mikai, zwei Dragon-Stones. Wenn ihr im Barbershop etwas eintauscht bzw. kauft, aber nicht gegen Barber-Points, sondern gegen diese Treasure-Items, gegen eine andere Währung, einmal, zweimal, fünfmal bekommt ihr folgende Sachen, die gelistet sind, Awakening-Medaille und wenn ihr das Ganze von Volume 2 geschafft habt, bekommt ihr drei Dragon-Stones. Und zu guter Letzt, wenn ihr Stages schafft, eine Stage, zwei Stage, drei Stages, bis zu drei Stages, in dem in eurem Team mindestens zwei Charaktere der Peppy-Gods-Kategorie drin sind, bekommt ihr Statuen, zwei Statuen, Herkos-Statuen, Z-Sword, fünf jeden Typus, Reverse-Medaillen. Wenn ihr dann ein fünfmal eine Stage schafft, in dem ihr kein Continuum benutzt habt, bekommt ihr zwei Sleeping-Elder-Kai und wenn ihr alle Missionen von Volume 3 geschafft habt, bekommt ihr zwei Dragon-Stones und wenn ihr alle kompletten Missionen geschafft habt, also alle permanenten Missionen Volume 1, 2, 3, dann bekommt ihr sieben Dragon-Stones hier an der Stelle, Freunde. Soviel eigentlich zu den ganzen Informationen zu der Celebration auf der japanischen Version. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend helfen, wenn ja, gebt ein ganzer Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.